Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Insider Geschäfte anzunehmen bei Aldalil in Ovibos auf der Ebene der Unterschlupf des Mittlers an dieser Position. Vorquest war alter Gauner von Ovibos. Nun soll man bei dieser Quest mit 4 NPCs quatschen. Auf geht's. Ich weiß nicht ob ich hier die wichtige Reihenfolge einhalten werde, ich glaube nicht. Ich zeige euch wo die entsprechenden Mittler sind. Und dann seht ihr was abgehackt wird, beziehungsweise an welcher Stelle. Ich glaube ich fange sogar mit dem zweiten an. Nun darf man quasi wieder eine Ovibos-Verwundweise machen. So, hier beginnen wir mit... Da Readon. Mit Kapitel da gesprochen, dieser Stern. Ich lebe um zu dienen. Es ist der Kapitel da. Reichtblase anklicken und dann ist es abgehackt. Das war an dieser Position. Nun geht's weiter. Ich nutze mal meinen Spind, dann bin ich ein bisschen flotter. Und wer kommt jetzt dran? Hier ist Kapitel Bar. Also die erste Stelle an dieser Position. Für euch habe ich nur ein Spind. Twitch-Kanal. Würde mich voll freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Da ist auch schon einiges los. Nun darf man mit diesem NPC quatschen. An dieser Position. Diese Sprechplätze anklicken. Nochmals zurück zu Twitch. Wie gesagt, da ist schon einiges los. Wenn ihr vorbeischauen würde, dann wäre wesentlich mehr los. Und da können wir auch zusammen Sachen machen. Unterhandel mit Transmog Farmen, Mount Farmen, etc. So ziemlich alles, was man in WoW machen kann. Außer Reden und Mythisch Plus. Das ist nicht so mein Ding. Und hier ist Kapitel Au. So. Das geht ja noch ab. An dieser Position zu finden. Die Untersprechplase. Und dann ist die Quest bereit zur Abgabe. Juppi. Auf geht's. Natürlich zeige ich euch, wo man auch diese Quest abgibt. Muss mich ein bisschen orientieren. Hier nicht. Sondern man darf hier hineinlaufen. Sich dann links halten. Und dann geht's wieder zum Unterschlupf der Mittler. Die Quest ist abzugeben bei Al Dalil. In Ovibos. Auf der Ebene der Unterschlupf des Mittlers. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem nicht vergessen in der Videobeschreibung Link zu meinem Twitch-Kanal. Hey, it's okay. And eh... Tschüss. Schnell, mach das.